Hallo miteinander, ich bin Dani, willkommen beim HUNI Sport. Ich zeige euch heute eine Übung, die man immer wieder im Büro machen kann, die man auch steigern kann. Es gibt einige Steigerungsformen. Ich bin Trainer, man kann es aber wirklich in den Kleidern machen, vor allem der erste Teil. Der zweite Teil ist dann vielleicht eher ein Training, das man nicht in den Kleidern machen kann, vielleicht auch nicht unbedingt im Büro. Aber ich möchte euch gleich auch hier noch ein, zwei Inputs mitgeben. Der erste Teil, wie gesagt, geht wirklich gut in den Kleidern, auch mal im Büro. Für die Übung stehen wir etwas breiter her, öffnen die Beine, leichte Grätschen, kreisen oder drehen die Oberschenkel etwas auswärts. Und dann beugen wir die Beine, gehen hinten runter mit der Hüfte hinten tief. Wir können mit den Händen auf den Oberschenkel aufstützen. Diese Position. Wir können das Ganze auch etwas erhöht machen, wenn wir mit den Fersen auf einem Gegenstand auferstehen. Dann können wir hinten tief, stossen die Oberschenkel etwas raus und kommen hinten tief, bis wir das Ziehen auf der inneren Beinseite, auch in diesem Bereich, den Oberschenkel innen merken. Von der Seite sieht die Übung so aus, dass wir leicht ein hohes Kreuz haben, und das hohle Kreuz wirklich immer möglichst behalten. Wir stossen die Oberschenkel raus, schauen, dass wir das hohle Kreuz behalten und mit dem hohle Kreuz gehen wir tief. Wir können bis hier runter kommen, oder wir können noch etwas tiefer runter kommen. Ganz wichtig, dass wir hier halten, den Rumpf stabil behalten, die Oberschenkel etwas raus und ein hohes Kreuz haben. Wir können in dieser Übung die Oberschenkel ein wenig beugen. Wir können auch tiefer runter gehen, schauen, dass wir das hohle Kreuz behalten, dass wir aktiv sind. Die Oberschenkel etwas raus drehen, wir können noch etwas tiefer gehen, mit den Händen, mit den Ellbogen auf den Oberschenkel aufstützen, die etwas raus stossen und dann wirklich runter kommen. Bei dieser Übung müssen wir schauen, dass wir die Oberschenkel gegen heraus stossen, dass wir hier in einer Linie bleiben. Wenn wir Rückenprobleme haben, akute oder Knäuprobleme, müssen wir die Übung vielleicht etwas genauer anschauen. Dann könnte man auch bei einem Personal Trainer vom Unisport vorbeigehen und das Ganze auch anschauen. Also akute Knäuprobleme, oder Rückenprobleme, ist vielleicht nicht ganz optimal, oder mit einer vereinfachten Variante. Und sonst ist das wirklich eine super Übung. Super für die Mobilität der Hüfte, wenn wir viel sitzen, müssen wir die Mobilität trainieren. Sie beruhigt, sie regt die Vertauung an, sie ärdet, Stressreduktion. Es ist gut, wenn wir die Übung pro Tag drei, viermal machen, 10, 15 Sekunden. Wir können auch noch etwas tiefer, mit den Händen vor dem Brustbein aufstützen. In dieser Position. Gut. Ein bisschen lockern. Also wenn ich besitzt das Kleid habe, geht wie gesagt gut, auch mit den Kleidern. Das können wir im Büro machen. die Oberschenkel beugen. Gerade Rücken heisst leicht ein hohes Kreuz, tief gehen. Wir können dann auch noch etwas weiter, wenn wir eine vorgeschrittene Variante wollen. Dann können wir eine Hand vor dem Schienbein durchnehmen, auf dem Boden aufstützen, und dann auf die andere Seite drehen und öffnen. Öffnen, ziehen. Dann die Seite wechseln, die andere Seite. Wichtig ist immer die Oberschenkel etwas rauszudrehen. Wir können dann auch nach oben ziehen, in die Länge tief bleiben, und den Oberkörper länger ziehen, die Finger hochziehen. Dann kann man sich noch etwas variieren, die Übung. Und dann geht es natürlich weiter. Dann kann man aus dieser Übung eine Trainingsübung machen, die dann vielleicht etwas verwandt mit dem Squat. Dann gehen wir tief, und kommen hoch. Hier sind wir enger. Tief und hoch. Dann können wir auch springen. Squat, eine super Übung. Auch ganz wichtig, funktionell, die wir im Training einbauen können. Dann kann man die auch steigern, bis es wirklich eine sportliche Herausforderung wird. Ein Beispiel ist Angie. Aus dem Crossfit, das Benchmark Workout. Da machen wir zuerst 100 Pull-up, 100 Push-up, 100 Sit-up, und am Schluss noch 100 Squats. Zum Abschluss. Dann haben wir wirklich eine rechte Herausforderung, durch das Benchmark Workout vor der Heim. Das heisst, so schnell wie möglich. Die 100 Pull-up, 100 Push-up, 100 Sit-up und 100 Squats. Oder man kann es noch mehr variieren. Man kann noch weitergehen, mit einem Zusatzgewicht. Auch eine sehr funktionelle Übung. Auf einer Seite. Wenn ich tief gehe, und dann auch hier Sprünge machen. Mit Zusatzgewicht. Schaut, dass ich ganz stabil bleibe. Dann habe ich die Muskulatur schräg angesteuert, um die Stabilität zu halten. Also eine sehr funktionelle Übung. Tief. Höch. Auch hier immer das hohle Klitz ein wenig behalten. Und die Seite wechseln. Ihr könnt das auch mit zwei Gewichten machen. Rechts und links. Aber funktionell und eine starke Ansteuerung auch für die schräge Bauchmuskulatur ist, wenn wir das Gewicht in einer Hand halten. Also eine super Steigerungsform für die Übung. Und nochmal die erste Tierposition. Auch in den Kleidern täglich. Ein, zwei, drei Mal. Als kurze Pause, zwischen dem Arbeiten oder beim Arbeiten und beim Lernen im Alltag einbauen. Wie gesagt, es beruhigt. Stressreduktion. Es regt die Vertauung an. Es erdet. Der Geist wird beruhigt. Von daher eine super Übung. die ich empfehlen kann. Macht es ein paar Mal. Probiert es aus. Wir kommen beim Unisport vorbei. Bei einem Personal Trainer. Wir können noch Variationen anschauen. Wir können die Technik anschauen. Und dann ist das eine ganz gute Sache, wenn wir die Übung täglich einbauen. bei einem Personal Trainer. Aber bei einem Personal Trainer. Und dann lassen wir die Technik anschauen. Wir können die Technik anschauen. Vielen Dank.